Hi und herzlich willkommen heute zum Thema Sparquote, was ihr schon am Thumbnail gesehen habt. Und zwar dem Konzept, das ich euch letzte Woche vorgestellt habe von J.L. Collins in seinem Buch The Simple Path to Wealth, wo er empfiehlt, 50% seines Einkommens zu sparen. Das mehr oder weniger freie Schnauze, einfach nur so, weil es eine gute Idee ist. Aber es gibt tatsächlich Mathe dahinter auch, beziehungsweise wie viel Sparquote führt ein Wann-Wie-irgendwo hin. Ich habe gecheckt, auf meinem Kanal sind die Zuschauer zu 97% Frauen und genau wie auf meinem Hauptkanal sind es Frauen zwischen 35 und 65. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich eine Frau bin zwischen 35 und 65. Und auch damit, dass Frauen meistens den Einkauf machen und meine Einkaufsvideos sowieso die beliebtesten Videos auf diesem Kanal sind. Aber nicht nur das, Frauen haben in der Regel auch weniger Geld als Männer, da sind wir beim Thema Gender Pay Gap. Frauen sind in der Regel häufiger von Altersarmut betroffen, was damit zusammenhängt, aber auch damit, dass Frauen nun mal die Kinder kriegen. Und Kinder kriegen wirft einen zum einen aus dem Beruf raus, zum anderen macht es unmöglich, gewisse Berufe zu machen. Es sei denn, man hat massive Unterstützung, was ja auch für mich der Grund ist, nicht im Krankenhaus arbeiten zu gehen, weil ich keine Nachtdienste, keine Wochenenden, keine Feiertage, sonst was arbeiten kann. Ich kann immer nicht arbeiten, wenn ich keine Kinderbetreuung habe. Ja, und so bin ich schlussendlich, ich bin das Paradebeispiel einer Armen in Deutschland. Ich bin eine Frau, ich bin alleinerziehend und ich habe nichts für die Rente gespart. Das heißt doch, ich habe ein bisschen was für die Rente gespart. Ich habe kürzlich durchgerechnet, was ich aus der gesetzlichen Rente bekommen würde, wenn ich ab sofort nicht mehr einzahle. Denn ich zahle tatsächlich auch ab sofort nicht mehr ein, weil ich als Ärztin nicht in die gesetzliche Rente einzahlen muss, möglicherweise freiwillig darf, sondern Ärzte werden über das ärztliche Versorgungswerk Renten versichert. Ist so ähnlich wie das Beamtentum und die Pensionskasse für einen bestimmten Berufsstand, hat der Berufsstand selber sich mal überlegt, wir machen hier eine Extrawurst. Ich finde das nicht schlecht, denn das ärztliche Versorgungswerk hat die Rente auf jeden Fall besser aufgestellt, also die Verteilung, wo kommt das Geld her, als die gesetzliche Rentenkasse. Aber halt auch nicht geil. So, naja, also da zahle ich ein, deswegen sagt mir meine Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherung, ich würde 339 Euro monatlich bekommen, beziehungsweise werde ich bekommen. Das scheint Fakt zu sein, denn da werde ich wahrscheinlich nicht mehr einzahlen in den nächsten 19 Jahren. Ich bin jetzt 48 und gehen wir mal davon aus, dass der Renteneintritt auch in 20 Jahren noch 67 wäre, wovon ich nicht ausgehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, die gehen rauf auf 70, dann habe ich halt noch 18 bis 20 Jahre, oder nein, 19 bis 22 Jahre, bis ich quasi das Geld aus der gesetzlichen Rente bekomme. Inflationsbereinigt habe ich da wahrscheinlich eine Kaufkraft von ungefähr 200 Euro, bedeutet, wenn ich so kaufe, wie ich jetzt kaufe, kann ich für einen Monat Essen davon kaufen, aber eben nicht Wohnung oder so. Wenn das Ganze so weitergeht, wartet da auf mich die Grundsicherung, was ich alles in allem auch keine Katastrophe finde, weil ich schon mein ganzes Leben lang in Armut lebe. Also ich werde auch von Grundsicherungen leben können. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht geil. Vielleicht nochmal ergänzend, wieso ich schon mein ganzes Leben lang in Armut lebe. Zuerst war ich Schauspielschülerin, da hatte ich kein Geld, dann war ich Schauspielerin 10 Jahre lang, dann hatte ich kein Geld, dann war ich Medizinstudentin 10 Jahre lang und hatte kein Geld und dann war ich Mutter und habe jetzt kein Geld. Tada, tada, ich habe kein Geld. Aber ich kann wunderbar ohne Geld zurechtkommen. Und ich finde tatsächlich auch nicht, dass ich ein beschissenes Leben geführt habe. Ich habe eine Menge gesehen, auch von der Welt, habe viele Sachen gemacht, die ich machen wollte. So ist das okay. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht geil. So, und dann komme ich jetzt dazu, dass ich jetzt quasi an dem Punkt bin, in den nächsten 19 Jahren das tun zu müssen, was ich früher immer auf später verschoben habe. Nämlich das Sparen fürs Alter, das Rücksicht nehmen auf das, was passiert in der Rente. Ich habe zwar keine Angst, wie gesagt, vor der Altersarmut, aber geil finde ich es auch nicht. Zu dem Thema hat mir jemand drunter geschrieben, aber Silke, hast du schon mal überlegt, um so viel Geld zu bekommen, wie Grundsicherung ist, müsste man auf seiner hohen Kante, 4%-Regel zugrunde gelegt, schon 350.000 Euro haben. Aus eigener Kraft angespart. Ob es dann überhaupt Sinn macht, aus eigener Kraft so viel Geld anzusparen, wenn man doch eh Grundsicherung bekommt. Denn wenn man dieses Geld hat, die 350.000 Euro, bekommt man ja keine Grundsicherung mehr, weil man ja Vermögen hat. Das muss man bedenken. In Anbetracht vor allem, was ich sage. Mir hat letzte Woche unter meinem Video über The Simple Path to Wealth jemand geschrieben, boah, das ist ja alles echt interessant, aber für mich wahrscheinlich zu spät, ich bin 58. Und da bringt es das nicht mehr. Na, vielleicht, vielleicht ja, vielleicht nein, hängt ein bisschen davon ab, was man aktuell verdient. Und natürlich hat auch jemand, der schon in Rente geht, immer noch einen Anlagehorizont. Bedeutet, wir gehen mal davon aus, dass man, keine Ahnung, 90 Jahre wird. Wenn man mit 67 in Rente geht, dann hat man ja noch einen Anlagehorizont von 20 Jahren. So, das muss man zusätzlich auch berücksichtigen. So, und dann komme ich jetzt zurück zu mir. Und dem, was ich jetzt quasi tun muss. Also, JL Collins spricht in mir schon mal an, dass eine 50-prozentige Sparquote eine gute Sache wäre. Und die Sache mit der Sparquote ist an anderer Stelle schon berechnet worden. Und darauf will ich hinaus. Denn es haben sich Leute Gedanken darüber gemacht, welche Sparquote brauche ich, wenn ich in der und der Zeit meinen Gehalt ersetzen möchte. Da sind wir bei den großen Lehren der Financial Independence Szene. Das eine ist halt die Geschichte mit der 4%-Regel, dass du 4% deines Vermögens entnehmen kannst. Zu 95% Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Und das Geld hört nie auf, beziehungsweise reicht 30 Jahre. Das ist das eine. Das andere ist diese Geschichte mit der Sparquote, die dir sagt, wenn du so und so viel Prozent deines Einkommens sparst, dann kannst du das Einkommen von deinem Vermögen in der und der Zeit ersetzen. Das ist die Lehre hinter Das ist ein Artikel von dem Vorreiter der Financial Independence Szene, der, auf den sich alle, alle immer wieder berufen, Mr. Money Mustache mit bürgerlichem Namen, Das ist ein Typ, der war Ingenieur und hat dann 10 Jahre gearbeitet, sehr sparsam gelebt, ein Jahresgehalt von 100.000 Dollar gehabt und die hat er dann, 70% davon oder so hat er gespart, jedes Jahr und hatte dann nach 10 Jahren eine Million und dann war er 30 und dann hat er sich zur Ruhr gesetzt. Danach hat er eine Familie gegründet, hat viel Zeit mit seinem Sohn verbracht, hat Häuser renoviert, weil es ihm Spaß gemacht hat und solche Sachen und einen Blog geschrieben, nämlich Mr. Money Mustache und den verlinke ich euch dann drunter. Und was er auf seinem Blog hat, ist eine Tabelle, wo steht, wie viel Prozent du sparen musst, um dann dein Einkommen zu ersetzen und die will ich euch mal kurz einblenden, denn die sagt mir dann ja quasi auch, ich, die ich noch 19 Jahre bis zur Rente habe, wie viel Prozent meines Einkommens ich sparen muss, um es dann im Anschluss durch mein Vermögen ersetzen zu können. Und da sind wir dann bei den 50%, von denen J.R. Collins spricht. Denn wenn ich 50% spare, dann bin ich ja, ähm, wo ist es da? Wenn ich 50% spare, brauche ich 17 Jahre bis zur Rente. Ähm, ich habe noch 18 Jahre bis zur Rente und meine Sparquote ist gerade 10%. Somit ist da noch eine gewisse Diskrepanz. Aber ich denke, wenn ich bis zur Rente 50% meines Einkommens sparen würde, könnte ich, wenn Renteneintrittszeitraum ist oder Zeit ist, mit dem zusätzlichen Geld aus der Deutschen Rentenversicherung und dem, was ich fürs Versorgungswerk, für das Ärztliche sowieso bezahlen muss, ähm, in Rente gehen, was ich ja sowieso nicht will. Aber ich finde ja die Idee auch geil, einfach viel Geld zu haben. So, und dann machen zu können, was ich möchte. Was ich ja eigentlich zwar auch jetzt schon will, aber da sind wir wieder bei eigentlich viel Geld. Und da bin ich wieder bei, okay, wenn ich meine finanziellen Ziele definiere, sind hier 50% wahrscheinlich eine ziemlich gute Sparquote. und dieser Artikel ist, glaube ich, schon 10 Jahre alt und hat bei manchen Gutverdienern was verursacht, was sie rückblickend wahrscheinlich alle, was viele nicht wollten. Also ich weiß zumindest von jemandem, weil ich ja süchtig bin nach Financial Independence Podcast, wenn man das sieht, wenn man weiß, man hat ein Gehalt von, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr und man spart dann 70% davon und legt das zurück und plant so, okay, ich klotze jetzt noch 5 Jahre ordentlich rein und dann kann ich in Rente gehen. Das führt für viele, oder für die, die zumindest vor 10, 12 Jahren auf Mr. Money Master gestoßen sind, dazu, dass sie den sogenannten Death March to Fie gehen. Sprich, die arbeiten sich doof und dämlich und völlig zu Tode ohne irgendwelche Lebensqualität, um dann halt in Frührente gehen zu können, nur um dann festzustellen, wofür jetzt das alles? Ich habe immer noch Probleme. Ich dachte, ich würde nur noch auf Wolke 7 tanzen, wenn ich finanziell unabhängig bin und in Rente gehen kann. Und dann trauen sie sich immer noch nicht, was von ihrem Geld auszugeben. Und schlussendlich, der ein oder andere hat das vorher schon geahnt, meistens Leute, die eben nicht so viel verdienen, oder auch ich, die dann sagen, nö, das will ich aber nicht. Ich will genau das nicht. Deswegen spricht mich Financial Independence in dem Maße, beziehungsweise Retire Early auch nicht an, weil ich so ein Leben nicht führen will. Ja, und mittlerweile sagen die Leute, die das gemacht haben, die den Death March to Fie gegangen sind, ja auch, dass sie hätten es nicht so übertreiben müssen. Das wäre auch langsamer gegangen und sie hätten auch Teilzeit machen können. Und das Geld macht ja sowieso nicht glücklich und diese ganzen Sachen. Nichtsdestotrotz, dass es diese Tabelle gibt, gibt uns Anhaltspunkte dazu, was wir machen müssen. Zumindest mir. Und ich bin hier in der vorteilhaften Lage, denke ich, dass ich ein Einkommen habe, was nicht skalierbar ist. Nein, dass ich ein Einkommen habe, was skalierbar ist. Entschuldigung. Ich will sagen, ich verkaufe nicht meine Zeit für Geld, sondern ich produziere Online-Content, der mir dann Geld einbringt oder mir Kunden bringt, die ich dann anschreiben kann, an die ich die Sachen verkaufen kann. Und je mehr Leute natürlich den Content konsumieren, der kostenlos ist, desto mehr Kunden kommen dann auch zu mir. Ja, und so denke ich, kann ich zwar von meinem jetzigen Gehalt keine Sparquote von 50% haben, aber ich kann es in Zukunft verfolgen. Und ich brauche diese 50%-Sparquote 17 Jahre lang, wie es scheint. Damit habe ich noch 40 Monate, um mich da hinzuarbeiten. 40 Monate meine aktuelle Sparquote von 10% auf 50% zu steigern. Wenn ich jeden Monat 1% raufgehe, habe ich in 40 Monaten die 50% und muss dann dabei bleiben. Und das, finde ich, für mich, ist ein Ziel, was ich angehen kann. Was ich nämlich auch dauernd denke, ist, okay, wenn ich jetzt meine Sparquote einfach nur so hoch schraube, wie irgendwie geht, bin ich vielleicht einer von denen, die zwar Geld haben, aber trotzdem die ganze Zeit geizig damit sind. Und das will ich nicht sein. Ich finde, davon gibt es ziemlich viele Leute, auch viele Leute in der Financial Independence-Szene, die so lange gespart haben und sich so viel auf Seite gelegt haben und so, was will ich jetzt sagen, sich so viel versagt haben, dass sie gar nicht mehr wissen, welche Bedürfnisse sie eigentlich wirklich haben. und ich will trotzdem meine Bedürfnisse erfüllen und ich will mir nicht Sachen ausreden, dass ich Bedürfnisse danach habe. Wonach ich aktuell noch ein Bedürfnis habe, ist, ich würde gerne mit Lilly verreisen. Auch noch, ich will ihr auch noch was bieten können in ihrem Leben. Sie soll auch die Möglichkeit haben, in Vereinen zu sein oder Instrument zu lernen oder auf Klassenfahrten zu gehen oder solche Sachen. Also dafür muss schon Geld reinkommen. Und ich würde natürlich auch gerne eine ein bisschen größere Wohnung haben. Ja, und dieses 50%, diese Überlegung gibt mir halt die Möglichkeit zu sagen, nein, 50% ist gut. Was da drüber ist, kann ich dann auch ausgeben. Kann ich dann auch reinen Gewissens ausgeben und brauche mir nicht jeden Scheiß versagen. Andererseits habe ich da aber das Wissen darüber, was sein muss, welche Sparquote ich brauche, um irgendwie halbwegs okay dazustehen, wenn es dann, wenn das Alter, wenn das Alter dann kommt. Und auch wenn ich nicht fürchte, dass ich dann da irgendwie vor dem Nichts stehe oder kein Geld verdienen kann, ist es gut, dass ich da was habe. Und es ist natürlich auch gut, dass ich für Lilly vorsorge. Also unabhängig davon. Deswegen habe ich mir gedacht, auch Lillys Sparquote steigere ich. Da spare ich auch gerade 10% in Form eines Sparplans für sie. Auch das werde ich sukzessive auf 50% steigern. Schlussendlich ist das das Geld, wovon die Prozent vom Kindergeld. Kindergeld sind 250 Euro. Und ich finde, wenn ich 50% des Kindergeldes spare, dann macht auch das, wenn sie, keine Ahnung, 18, 19, 20 oder sowas ist, durchaus Sinn für sie. Ja, ich denke, das wollte ich mit euch besprochen haben. Ich habe noch eine andere, eine andere Tabelle gefunden, die so ähnlich ist. Da kann man gut gucken, wie viel man in welchem Alter sparen muss, um sein Einkommen ersetzen zu können. Diese Tabelle ist auf der Website The Money Guy Show, Money Guy Show, ja, so heißt es, veröffentlicht worden. Hier steht das Alter, das man jetzt gerade hat, auf der linken Seite und oben die Prozentzahl, die Sparquote und alles, was dann da drunter ist, ist der Prozentsatz seines Einkommens, den man dann ersetzen wird können. Auch das, finde ich, ist für alle Altersgruppen interessant. Und hier sieht man auch so schnell, wer 20 ist, braucht nur 10% seines Einkommens sparen und hat dann 92% seines Einkommens ersetzt im Alter. Will man vielleicht nicht unbedingt, vielleicht lieber 15%. Dann ist man sicherer dran. Das bedeutet, wenn Lilly 15% spart, ihr ganzes Leben lang, dann ist sie auf jeden Fall safe in der Rente. Wenn sie halt dann mit 20 damit anfängt. Und ich eben nicht. Wenn ich gucke, ich bin fast 50, dann habe ich eigentlich gar keine Chance mehr. Zumindest nicht mit 10 bis 40% Sparquote mein Einkommen komplett zu ersetzen. Da müssen wir natürlich immer noch ergänzen. Der Lebensstandard, den man dann hat, ist durchschnittlich der, den man über die gesamte Sparzeit hat. In der Regel haben Studenten natürlich einen geringeren Lebensstandard als Leute mit 40, 50, die vielleicht ein eigenes Haus haben und dreimal im Jahr im Urlaub fahren. Aber ja, also wenn man das prozentual ausdrückt mit der Sparquote, hat man natürlich auch einen durchschnittlichen Lebensstandard. Und da ist dann eben die Frage, will ich im Alter so leben wie durchschnittlich oder will ich genauso weiterleben, wie ich in meiner 60. Lebensdekade gelebt habe? Oder so. Also es kann natürlich sein, dass man trotzdem ein paar Abstriche machen muss, aber vielleicht kann man die auch machen, weil man vielleicht nicht mehr so viel Auto fahren muss oder so. Oder kein Auto mehr braucht, wenn man dann in Rente ist. Ja, das wollte ich mit euch geteilt haben. Lasst mich mal wissen, was ihr dazu denkt, ob ihr das macht. Es gibt so ein paar auch im deutschsprachigen Bereich, die wirklich auch die Hälfte ihres Einkommens sparen. Mir ist auch klar, dass das nicht jeder kann, besonders wenn man wenn man ein festes Einkommen hat und das Einkommen vielleicht auch nicht besonders hoch ist, dass das nicht funktioniert. Aber für alle Altersgruppen finde ich es wichtig, dass man dieses Hintergrundwissen hat, um zu wissen, was muss ich denn jetzt tun, damit das später passt. Sei es mit der 4%-Regel oder mit 25 Mal sein Jahreseinkommen als auch mit dieser Sparquote. Naja, so und das ist jetzt mein Ziel und das werde ich jetzt dokumentieren auf diesem Kanal bis zur Rente hin, wie ich genau dahin komme. Wenn du wissen willst, wie ich aktuell lebe. Hier ist mein Video von meinem letzten Einkauf, wie ich dann auch, wenn ich meine gesetzliche Rente kriegen würde, weiter essen könnte. Ist aber gut zu wissen. Verlinke ich hier oben. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag zu meinem Budget. Das war es für heute. Ich sage tschau, macht's gut, bis Donnerstag, eure Silke.